Valera gegen Pollack! Werdet noch heute zum Gift-Tester. Ihr müsst nur hier unterschreiben. Lass uns erst einmal die Schmerzgrenze ausloten. Wir suchen ihn außer dem Weg zu setzen. Moment! Das Gift wird an mir getestet? Ich muss kurz meinen Vertrag überprüfen. Manche, die mich sofort angreifen. Moment! Das reicht! Das reicht! Bei diesem Test habe ich schon einmal zugesehen. So schlimm kann es nicht sein! Oder? Ja! Ihr habt es geschafft! Die besten Forscher sind bereit. Bereits am Ausritt! Kostet meinen Stahl! Ja, ja, ja! Ist ja gut! Ich hätte nicht mit Tinte unterschreiben sollen! Ich stehe durch! Ich stehe durch! Lebe das! Lebe das! Ich schlage zu! Wege das wieder! BRENCH! Ich schneide neu! beiden nicht mehr. Wäst du nicht? Ein Waddle! Das ist ein Waddle! Ein Waddle! Ich muss alles schon aufhören. Das wäre geschafft. Wenn ihr einmal nicht weiterkommt, experimentiert einfach. Dazu sind wir ja da. Auf! Es steht in den Sternen. Das brennt! Auf! 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 Was wir machen! Was wir machen! Was wir machen! Das reicht mal! Fürs Erste! Ich muss mich hinlegen.